Guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist wieder Gunilla Göttlicher oder auch Frau Kunst mit den Quintessenzen eines Lebens. Und ich habe heute wieder eine Geschichte mitgebracht. Ganz kurz, ich befinde mich hier an einem Brunnen, an einem Mayenbrunnen in einer herrlichen Stadt. Das Wetter ist wundervoll und hinter mir fließt es, die ganze Zeit fließt es. Herrlich. Was ist ein Brunnen? Oder auch eine Quelle. Das heißt, ich sitze an einer Quelle. An einer Quelle, wo diese wundervolle Maria ist, diese Göttin mit ihrem Kind, die auf einer Mondsiche steht und auch gerade die böse Schlange zertritt und insgesamt auf einer Weltkugel steht. Wundervoll. Und dieses Gefäß hier, diese Schale, in der das Wasser aufgefangen wird, hat auch eine ganz herrliche Form. Wie eine Muschel. Wundervoll. Ich lasse es einfach mal fließen, weil ich die Idee von Quelle so schön finde. Ich sitze hier an einer Quelle und ich sage jetzt mal, auch an meiner Quelle. Die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, handelt von Frau Schneider. Frau Schneider war ungefähr 95 Jahre alt. Ich habe sie kennengelernt auf einer Palliativstation und durfte mit ihr, ich sage mal, ich glaube so zwei Wochen verbringen. Es war relativ lange da. Und wir haben uns, ich sage mal, vertrauensvoll angenähert. Ein bisschen wie angefreundet. Und sie hat mir so ihre Geschichten erzählt. Wer so alt wird, hat einfach schlicht viele Geschichten zu erzählen. Sie war Kioskbesitzerin und hat sehr viele Berufe gehabt. Und sie hat immer hart gearbeitet. Sie hat vier Männer hinter sich gelassen. Die sind alle vor ihr gestorben. Sie hat dann immer weitergemacht. Und ja, ohne die Männer. Das heißt, sie weiß genau, wie Leben funktioniert. Und ja, hat immer gemacht, 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 getan, gemacht. Sie war eine sehr witzige, humorvolle, frische Person. Sie ist mir richtig ans Herz gewachsen. Also sie hatte was von so einer Quelle. Sie hatte was von so einer Leichtigkeit und Lebendigkeit. Aber so richtig verstanden hat sie das eigentlich für sich nicht. Denn sie hat mir etwas anvertraut. Das erste Mal in ihrem Leben, was all die Jahre ihr sehr auf der Seele brannte und sie nie jemandem erzählt hatte. Nämlich wie ihre Mutter damals, als sie Kind war, wirklich gestorben ist. Es ist viel los hier an der Quelle. Tja, so sind Quellen eben. Sehr frisch, sehr flott. Genau. Ihre Mutter ist gestorben, als sie sechs Jahre alt war. Und sie hat über all die Zeit ihres Lebens den Menschen immer neue Geschichten erzählt, wie ihre Mutter damals ums Leben gekommen ist. Mir hat sie dann die wahre Geschichte erzählt. Warum auch immer ich, ich sag mal, ihnen in dieses Vertrauen gezogen werden konnte, ich war in dem Moment die Richtige und habe die Ehre erfahren, ihre Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit war die, ihr Vater hat damals in einer Weddinger Wohnung, in der diese Familie gelebt hat, im Rausch, Alkoholrausch, die Mutter erschossen. Mit einer Flinte. Sie hat mir das so, sie konnte so gut erzählen auch, sie hat mir das so lebhaft geschildert, was das für ein Kaliber war. Und wie betrunken ihr Vater war. Und ihre Mutter war noch nicht gleich tot. Und sie hatte damals auch noch kleine Geschwister. Ich glaube, die waren, sie war sechs, so vier und zwei circa. Und hat mir, ich sag mal, in allen Einzelheiten geschildert, was da wirklich passiert ist. Ich erspare euch diese Einzelheiten für heute. Aber vielleicht könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie es den Kindern gegangen sein muss. Nach dieser Szene. Nachdem sie mir diese Geschichte, diese Wahrheit erzählt hatte, hat sie gesagt, so, und jetzt soll mein Leben endlich beginnen. Ein Leben lang will ich, dass mein Leben endlich anfängt. Und dann kam der Anruf vom Hospiz. Sie hatte jetzt einen Platz und könne jetzt gleich rüber. Was für ein Drama. Das ging dann ganz schnell. Ich glaube, ich hatte sie noch einmal besucht im Hospiz, weil das nicht allzu weit weg war von der Palliativstation. Aber im Großen und Ganzen war das eine ganz, ganz traurige Sache. Weil sie Zeit ihres Lebens immer dachte, jetzt muss doch das Leben beginnen. Es begann aber einfach nicht. Darauf hat sie immer gehofft. Also morgen beginnt es. Oder übermorgen beginnt es, wenn. Und dabei war sie so frisch in ihrem Geist. Sie war so gewitzt. Sie war so jugendlich geblieben. Sie wirkte wie, was sag ich, 50, 40, so wie ich jetzt. Und war dabei 95 Jahre alt. Und hatte immer diesen Gedanken in sich, das Leben muss doch jetzt endlich beginnen. Wann bin ich mal dran? Ich gehöre doch auch dazu. Wann beginnt das Leben? Ich denke, diese Frage kann sich jeder von uns stellen. Und ich hoffe, dass es da gute Antworten gibt. Vielleicht so was wie, wieso? Ich lebe doch schon längst. Was heißt es überhaupt zu leben? Was ist denn das Leben? Wichtige Frage. Ich habe dazu wieder ein Gedicht gefunden. Das möchte ich gerne lesen. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Freude. Es ist von Rainer Maria Merilke, eine meiner Lieblingspoeten. Ja. Und geht so. Wunderliches Wort. Die Zeit vertreiben. Sie zu halten wäre das Problem. Denn wen ängstigst nicht, wo ist ein Bleiben, wo ein endliches Sein in alledem? Sieh, der Tag verlangsamt sich entgegen jenem Raum, der ihn nach Abend nimmt. Aufstehen wurde stehen und stehen wird legen und das Willigliegende verschwimmt. Berge ruhen von Sternen überprächtigt, aber auch in ihnen flimmert Zeit. Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt, obdachlos die Unvergänglichkeit. Berge ruhen von Sternen überprächtigt, aber auch in ihnen flimmert Zeit. Ich bedanke mich sehr für heute und fürs Zuhören und Mitgehen. Ich bedanke mich für alle Abonnements und grüße ganz herzlich meine Abonnenten und alle die jetzt, die dabei sind und zuhören und sich vielleicht anrühren lassen. Und die Frage auch mal so mitnehmen, was ist Leben? Was ist mein Leben? Was lässt mich lebendig sein? Oder auch. Was ist meine Quelle? Was ist mein innerer Bohnen, zu dem ich immer wieder gehen kann? Und wenn ich da bin, fließt es und es geht mir gut. Und ich fülle meine Ressourcen auf, stärke mich durch das Leben selbst. Ich bedanke mich, ich wünsche euch das Beste. Macht es gut und bis bald. Tschüss.